Bereits seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. arbeiten Anatomen daran, die Funktionsweise des Gehirns und des Rückenmarks vollständig zu verstehen. Diesem Ziel gingen viele nach. Von Hippokrates aus dem antiken Griechenland bis hin zu den bekannten Anatomen des 20. Jahrhunderts, wie Paul Broca, Karl Wernicke und Korbinian Brotmann. Einige dieser Namen kommen dir vielleicht bekannt vor, denn es handelt sich dabei um die Namensgeber bestimmter Regionen des Gehirns. Gemeint sind das Broca-Areal, das Wernicke-Areal sowie die Brotmann-Areale. Ein weiterer, sehr bekannter Neurowissenschaftler ist der schwedische Forscher Broer Rexet, der in den 50er Jahren eine neue Einteilung der grauen Substanz des Rückenmarks etabliert hat, die Rexet-Laminae. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema angekommen. Der grauen Substanz des Rückenmarks. Bevor wir anfangen, gebe ich dir noch eine kurze Übersicht über das, was wir heute ansehen werden. Wir werden mit einer kurzen Wiederholung der makroskopischen Anatomie des Rückenmarks beginnen. Dabei gehen wir vor allem auf die Einteilung des Rückenmarks im Querschnitt ein. Danach kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Der grauen Substanz des Rückenmarks. Wie du vielleicht schon weißt, wird diese in das Vorderhorn, das Hinterhorn und das Seitenhorn eingeteilt. In diesen Bereichen befinden sich wiederum weitere Strukturen und Areale, die wir genauer besprechen werden. Dazu gehören zum einen die Nuklei und zum anderen die sogenannten Laminae. Danach sehen wir uns die unterschiedlichen Erscheinungsbilder der grauen Substanz auf verschiedenen Ebenen des Rückenmarks an. Zum Abschluss des Tutorials werden wir uns noch mit einem passenden klinischen Fallbeispiel beschäftigen. Legen wir also los mit einer kurzen Wiederholung der makroskopischen Anatomie des Rückenmarks. Diese Informationen können dir später dabei helfen, die innere Struktur des Rückenmarks besser nachzuvollziehen. Solltest du an dieser Stelle etwas nicht ganz verstehen oder gerne tiefer ins Detail gehen wollen, dann schau dir gerne unsere Tutorials zur Wirbelsäule und den Spinalnerven auf unserer Website an. Das Rückenmark ist eine röhrenförmige Struktur, die sich vom Vorrahmen Magnum des Schädels bis ungefähr zum ersten oder zweiten Lendenwirbelkörper erstreckt. Kranial bildet das Rückenmark die Verlängerung der Medulla oblongata des Hirnstamms. Das kaudale Ende des Rückenmarks wird als Konus medullaris bezeichnet. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf kenhub.com an. Für unsere Kenhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Video-Tutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klick auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie.